Schöne Schwanerbein. Hi. Susanne, die Leute. Raumstern, Super 51, Freizeit, mein Kollege Renner. Hallo. Das ist in Weidinger. Ist was passiert? Mama, das ist von der Polizei. Ist was mit meinem Mann? Können wir das bitte bitte umgesprechen? Jetzt wieder, Frau Weidinger. Das dauert auch nicht lange. Ja. Geht schon. Haben Sie eine Ahnung, wo Ihr Mann gestern Abend hinwollte? Der ist einfach getrunken. Wie früh war das denn? Kurz nach 8 ist er weg. Ihr bleibt die ganze Nacht verschwunden. Sie haben ihn nicht getrunken. Wie habt ihr es erst am Korn wieder aufdacht? Ach, da war kein schlechter Mensch. Ach, da war... Wohin ist er denn so hin an seinen Abend? Ja, da haben wir jetzt was ausgelassen. Also erst am Abendstreik. Der hat das erst so mitgenommen. Der ganze Ehre mit der Behörde. Die haben uns dahinter so in den Geschäft. Das hat er schon sehr groß mit drauf gemacht. Könnt ihr er denn zu einem Freund wieder gesagt? Ja, wir haben keinen Freund gegeben. Was war das denn mit dem Freund? Das ist ja schnell mehr aus der Punkt. Was ist der? Ja, das ist das erste mal, dass es sich mit Ihnen angelegt. Das ist ja auch ein Wunser gewissen sein. Wie er nicht. Da war's. Wo war's denn? Wo war's denn? Aber wenn sie kommt, dann muss alles sauber sein. Können sie in die Tagstube nicht sein. Ich habe keine Sorge um, dass ihr Vater heute Morgen immer noch zu Hause bleibt. Doch, der schlacht wird in seinem Haus. Also, das ist für etwas hier. Ist okay. Es ist nicht immer einfach, wenn der Vater der eigentlich ist.